Herzlich Willkommen! Mein Name ist Rick Elvis auf unserem Kanal. Heute ist der 30.01. RSI hat sich etwas einfallen lassen für dieses Wochenende und zwar kann jeder mal einen Account erstellen und kann sich anmelden und kann Raumschiffe testen, ohne diese zu spenden, also eine Spende abzugeben und ein Raumschiff dafür zu erhalten. Es gibt drei Modelle, zum einen die Aurora hier, in der Sonderedition hier mit Raketenlauncher und vier Laser drauf. Ich denke mal hier geht die Brust ab, wenn das Ding feuert. Jo, auch nicht schlecht. Oh, Warning, jetzt schon. Oh, und da hat es wieder mal geschafft. Ja, das ist die etwas stark bewachene Version der Aurora. Und hier Laser. Ihr könnt die testen oder ihr testet einfach mal die hier. Und zwar die Mustang Delta. Das ist ein Schiff, was auch im Startepaket enthalten ist. Schaut dann so aus. Ich glaube, die Delta ist gar nicht enthalten. Ja, das ist hier diese ein bisschen spektakulärere. Ja, auch sehr nice. Auch ein schönes Schiff. Wie gesagt, ist im Startepaket enthalten. Das ist eine der Versionen, die Aurora einmal und diese, also für den geringsten Spendenaufwand erhaltet ihr diese Schiffer. Sieht auch sehr schön aus. Aber ich glaube, das ist die bessere Version. Die gibt es eigentlich, so glaube ich, nicht im Startepaket. Gibt es die normale Variante. Jo. Flair deployed. Oder ihr testet ganz einfach mal die hier. Die Anvil Hornet F7C. Ein sehr schönes Schiff. Wird sehr gern genommen. Von den Spielen ist ein schöner Fighter. Ja. Oh, da haben wir aber wieder. Was sind wir denn hier? Oh, ja, 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 ja. Hat er auch schön Power. Kann man meinen Topfweiz ein bisschen testen. Schöner Schiff. Übrigens können das alle testen. Man muss nicht Newcomer sein, um sich einen Mini-Account einzurichten. Ich bin ja auch kein Newcomer. Ich habe einen Account und kann auch diese Schiffe heute testen. Ihr könnt mal das Landen ausprobieren. Landen. Ganz gefährlich. Einfach mal euer Geschick mit den Schiffen. Ein bisschen testen. Ich fliege hier ohne Autopilot. Und runter. Und schon seid ihr gelandet. Ob es im Wörs funktioniert, werde ich gleich mal testen. Ja, und hier sind wir auch schon auf Port-Alessar. Ich checke mal meine Möglichkeiten hier. Und hier ist es. Ich habe meine Freelancer, die Aurora, die Mustang und die Hornet. Und ich lasse mal die Hornet joinen. 0-2. Andere Seite. Gehen wir mal da rüber. Und sie müssen, also gejointe ist er schon da draußen. Wie gesagt, ist Batch 212 Alva. 212 extra für dieses Wochenende, für das letzte Januar-Wochenende bis zum 1. Februar möglich für alle Newcomer, Schiffen mal auszuprobieren, um sich eventuell für dieses Spiel zu interessieren. Ja, das mal so als schnelles Video gedacht. Und schaut einfach mal rein. Meldet euch an. Eventuell steigt eure Interesse an einem anderen Schiffkauf mal. Ich finde die Idee top. Und kann es nur empfehlen. Ciao Leute, bis später.